Neulich im Aufnahmestudio. Hallo Kinder! Ich meinte, yo Kids! Einer von euch hat die große Ehre, bei einem meiner Tracks mitzusingen. Also wer möchte... Okay, was hast du denn für Referenzen? Ja, hallo, mein Name ist Ron. Meine Hobbys sind Singen. Schon immer habe ich mich für Singen interessiert. Außerdem habe ich auch noch das Hobby, Busfahr-Simulationen am PC zu spielen. Ich bin... Das interessiert doch keine Sau, ich will wissen, was du für Referenzen... Hey, hey, ist schon gut. Hey, sing doch einfach mal was vor, okay? Okay, gut. Irgendwas Peppiges, was Freshes. In der Weihnachtsbäckerei geht es manchmal Schleckerei. Warte mal eben. Ich will dich jetzt nicht beleidigen oder sowas, ja? Aber mir fehlt einfach die gewisse, naja, Freshness. Du hast es einfach nicht drauf, okay? Ich meine das ja auch gar nicht böse, wenn ich sage, du bist scheiße, weil es ist ja die Wahrheit, weißt du? Was ist denn hier los? Hallo, Mrs. Weasley. Mein Ron ist sehr begabt. Ja, das habe ich schon... Und wenn Sie nicht sofort mit unterstützen, dann rufe ich die Polizei. Ich reiße dir komplett aus. Nein, nein, Mann. Ich reiße Ihnen den Sack ab. Passen Sie auf, ich habe das Angebot für Sie. Er kommt mit aufs neue Album und darf in der Weihnachtsbäckerei singen. Du, ähm, ich glaube nicht, dass... Okay! Hey! Ugh! Das war's.